Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed. Ich habe jetzt den, äh, alles nochmal neu gestartet. Ich hoffe, jetzt leckt es wenigstens sichtbar so. Und wir sollten nach Spagonia. Deswegen gehen wir da jetzt direkt hin. Ich habe dich gefunden, Sonic! Oh, Sonic! Ich habe dich immer noch immer nachschauen! Hey, lass mich gehen! Du bist verrückt, wenn du denkst, dass du von Amy Rose raus kannst und, ähm, ... ... ... Oh, mein Gott, ich bin so sorry! Ich habe dich komplett verabschiedet für jemanden. Das ist so strange. Ich könnte es sagen, es war ihn. In der Fall, ich bin wirklich sorry. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Uh, well, that was weird. How come that girl didn't know you were you, Sonic? I mean, I guess you are kinda, you know. And, uh, these guys... Oh, äh, ich meine, äh, keine Angst, hey, du only look really scary, Sonic. Inside, du bist das gleiche wie immer. Ich versuche es, okay? Sonic, schütze dich! Äh, schokolade. Willst du etwas schokolade? Und es war traurig. Hier ist niemand. Los, wir gehen wieder zurück, Sonic. Naja, da wollte ich gerade fröhlich sein, dass die Animation funktioniert und da kommt eine traurige hässliche Story. Tell. Ruck, gruck. Hast du denn ein Problem? Hast du ein Problem? Keuch, keuch. Ich bin anders als heute Nachmittag. Ich bin anders als heute Nachmittag? Mann, ich kenne dich nicht mal, Söhnchen. Du gehst mir auf den Geist. Verschwinde, du Nervensäge. Äh, äh, nachts, nachts ist es neuerdings alles, nachts ist neuerdings alles so ruhig. Normale Leute benehmen sich total verrückt. Wer vorsichtig da draußen? Besonders nach einem, braucht der Doppgeleit. Ja, habe ich gerade bemerkt. Oh mein Gott, älter. Otto. Hm? Was ist das denn? Ein pelziges Ungar, ja? Ach, du bist Sonic. Du hast mich vielleicht als Schöcken angejagt. Da kriegt man dir ein Herzinfarkt, wenn du dich so anschließt. Aber kenne ich den Typen. Egal. Nächster ist einer, der mich erkennt. Willkommen zurück, Sonic. Hells hat mir schon von deinen Abenteuern erzählt. Ach. Oh, du hast meinen Assistenten gesehen, und er war anders als sonst? Ach ja? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Er muss unter dem Einfluss von Dark Gaia stehen. Ich habe schon befürchtet, dass ihm sowas passiert. Laut dem Gaia-Manuskripten ist Dark Gaia des Nachts am mächtigsten. Das Innerste des Herzens wird negativ beeinflusst. Ich muss sofort etwas unternehmen, um meinem Assistenten zu assistieren. Schlechte Wortwahl. Die Daten weisen darauf hin, dass der Heilige Tempel mehrere Eingänge hat. Ich brauche nur noch ein wenig Zeit, um meine Forschung abzuschließen. Bitte komm immer mal wieder bei mir vorbei. Findet zuerst den Tempel ins Bagonia, und dann den in Holuska. Vergiss nicht, bei uns vorbeizuschauen, und bericht zur Stadt Sonic. Holuska kann nun ausgewählt werden. Eis! Ich will Eis! Jetzt! 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 Ich will Eis-Levels! 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 Lebensmittel-Lager. Eine hübsche Frau. Beziehungsweise, hübsche Männer gab es ja nicht mal. Eine hübsche Person im ganzen Spiel. Sariana. Meine Güte, was für ein komischer Aufzug. Es geht mich ja nichts an, aber ist dir nicht kalt? Nur so nebenbei. Hast du nicht zufällig meinen Mann gesehen? Nein? Ich habe schon überall nach ihm gesucht. Wo könnte er denn stecken? Und welches genau die verheiratet? Guck mal, du. Funkenfeuer im Zentrum. Jari-Pekka. Sag mal. Bist du nicht der Seehund, den wir gestern zum Mittag hatten? Äh, nein. Das war's nicht. Lass mich mal überlegen. Sie behindert. Wir gucken mal im Lagerregal. Lagerareal, Entschuldigung. Jari-Toure. Na sowas. Besuch in unserem schneebretten Land. Das ist eine Seltenheit. Oh, du hast eine Frage. Du willst wissen, wieso ich mich hier verstecke. Ich verstehe. Ich verstecke mich noch gar nicht. Mir gefällt's hier. Was dagegen? Oh, wenn du eine Frau namens Sariana triffst, sag ihr bitte nicht, wo ich bin. Hä, wieso das denn? Verbindert? Egal, Familienhaus. Oh, die ist süß. Maketa. Hallöchen, mein Name ist Maketa. Wenn du irgendetwas über das Dorf wissen willst, brauchst du einfach nur zur Frage. Einverstanden? Hm, wieso versteckt sich ein Mann im Pulslager? Oh, das ist sicher mein Vater. Meine Mutter hat eben etwas aufgetragen, wo sie ja keine Lust hat. Was gefährlich ist? Weiß ich nicht, aber mein Vater ist ein ganz schöner Angsthasen. Er tut mir leid. Bitte sag meine Mutter nicht, wo er ist, ja? Ich will nicht, dass mit Papa vor meiner Mutter blöd dasteht. Oh, ist die süß. Und wir gehen natürlich direkt petzen. Okay. Oh Mann. Oh, hier seid's. Habt ihr meinen Mann gesehen? In diesem Dorf gibt es einen heiligen Schrein, der schon seit Mensch gedenken hier. Seit dem großen Erdbeben kursieren Gerüchte über den Schrein. Die Leute sagen am Schein im Sputdisk, weil ich habe davon noch nichts mitbekommen. Jemand soll der Sache auf den Grund gehen. Ich habe mir gedacht, ich schicke meinen Mann hin. Aber seit ich ihn darum bat, ist er verschwunden. Er hat sich regelrecht im Dorfdorf gelöst. Jeder wette, dass er zu ängstlich ist und sich irgendwo versteckt. Ähm, jämmerlich. Moment, ich habe eine Idee. Moment, ihr könnt für mich nachsehen. Wieso geht sie selber da nicht hin? Aber natürlich machen wir das. Wirklich? Oh, danke. Wenn das so ist, nehmt lieber das hier mit. Das könnte nützlich sein. Nicht der Rede wert. Nehmt das. Ich bin schon gespannt, ob er das fällt. Alter, meine Stimme kann es noch ab, wenn ich weiter dieses Spiel spiele. Ach, schrecklich. Das muss ich zwar cool. Boah, das ist ein cooler Tempel. Nein, ich will mich nicht bauten. Ich wollte mich schon rungucken. Tag, nein. Nein, hör auf, hör auf, hör auf. Ja, 60 und 46, als ob. Ich habe ein Taglevel. Das will ich spielen. Taglevel im Eis, genau das wollte ich. Oh, bitte lass es cool sein. Ich will ein Taglevel im Eis spielen. Wieso speicherst du, bevor ich in den Tempel gehe, und wenn ich im Tempel drin bin? Als ob sich irgendwas da geändert hat. Mann. Oh, das sieht jetzt schon cool aus. Oh, ist die Musik cool. 55 Sekunden. Voll lange dauert's. Ja, das war noch keine 55 Sekunden, Alter. Klar will ich fortsetzen. Ich bin noch nicht hergekommen, um mein kleines Tutorial zu spielen, das ich im Sprung vier drücken kann. Ich glaube, ich das nicht wusste. Okay, ein Level. Boah, drei Minuten 20 für es, Alter. Das Level muss lang sein. Boah, daran kann ich mich erinnern. Boah, daran kann ich mich erinnern. Wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das? Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool, wie cool, wie cool. Ich freue mich, ich freue mich voll. Boah, das war leck. Aber ich freue mich vollziehen. Bitte, nein. Hex. Ich hab Hex. Ah, ich kann grinden. Boah, das ist ja richtig cool. Oh, das war zu hart. Zu hart. Nein, es war zu scharf gekurrt. Ah, das war knapp. Ja, woher kommt das denn? Oh mein Gott. Wie realistisch. Ich glaube, dafür brauch ich das. Ich leckte überhaupt nicht. Oh, ich muss springen. Ah. Ey, das war Zufall, dass ich da jetzt gesprungen bin. Jetzt kann ich auch noch rennen. Oh, ich hätte springen müssen. Ja, mit dem Grinden wäre es schneller gewesen. Hey, was war das? Hey. Okay. War komisch. Oh. Das war glücklich, dass ich nicht gesehen habe. Das war ein Item. Oh mein Gott. Wo muss ich ihn? Ich habe immer noch voll den langen Teil von mir. Boah, ich selber bist jetzt richtig cool. Aua, nicht cool. Hey. Wo bin ich? Hilfe. Nein. Wieso kann man dieses Kreisteil nicht beenden? Das wäre viel cooler. Nein. Hab's. Nein. Schnell, 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 schnell. Brutal. Sehr brutal. Verdammt brutal. Nein. Nein. Oh. Ich sehe sowas zu spät. Ja, man muss es damit öfter gespielt haben, um sowas zu erwischen. Tut mir leid. Mein Gott. Nächstes habe ich das geschafft. Oh. Gehegstatter halten. Leidig runtergekommen. Oh. Egal. Gehen wir außen rum. Ist ja nicht so, als würde ich jetzt A verlieren. Oh. Das habe ich spät gesehen. Aber ich bin fast da. Wenn ich gewinne, ist es noch ein B. Okay. Oh, ich muss schon beenden. Also. Weiter machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen ist, lasst noch bitte positive Bewertung da. Und vielleicht Kommentare, ein Abo, in der Videobeschreibung der Playlist, falls ihr mehr davon sehen wollt. Ah. Und ansonsten würde ich sagen... Was ist mit diesen Folgen? Und es speichert es auch gut so. Denn ich würde jetzt am liebsten sagen... Ciao.